Hallo zusammen, einmal nicht aus Liberia, auch nicht aus der Schweiz, sondern direkt aus Deutschland. Und hier steht sie, die grosse, schöne Halle, 18 x 45 Meter gross. Dies sollte das neue Zuhause werden für unsere Kidschurch. Stellt euch vor, in dieser Halle mit den Kindern aus unserer Umgebung Gottesdienst zu feiern. Der Gedanke an die letzte Kidschurch, als fast 600 Kinder und über 40 freiwillige Helfer zusammenkamen, begeistert mich besonders. Unsere aktuelle Infrastruktur in Liberia platzte an diesem Tag aus allen Nähten. Mit dieser neuen Halle werden wir endlich genug Platz haben, um die Kidschurch wetterunabhängig und das ganze Jahr über durchführen zu können. Wir sind mega glücklich, dass wir nun in Deutschland ein passendes Objekt finden konnten. Und dank der Zusage von Daniel Schöne ist sogar der Transport nach Liberia bereits geregelt, denn er wird im Februar 2025 persönlich mit dem LKW nach Liberia fahren. Wow, das ist ja unglaublich! Eine grosse Herausforderung sind nun noch die Kosten. Die Umsetzung des gesamten Projekts beläuft sich auf etwa 200'000 Schweizer Franken. Da brauchen wir deine Unterstützung. Mit deinen Finanzen kannst du einen wichtigen Beitrag leisten, um unseren Traum zu verwirklichen. Benutze den eingeblendeten QR-Code für deine Spende. Nebst Finanzen suchen wir auch Handwerker, die uns beim Erstellen des Betonfundaments, beim Aufrichten der Halle und bei der Fertigstellung der Inneneinrichtung direkt vor Ort unterstützen. Möchtest du deine Begabungen einsetzen und Teil werden eines Baucamps? Melde dich bei uns! Lasst uns gemeinsam eine bessere Zukunft für unsere Kinder in Liberia gestalten. Herzlichen Dank für deine Unterstützung! Vielen Dank für's Zuschauen!